Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der RE-MAX News. Schön, dass Sie dabei sind. Und das ist unser erstes Thema. Der große Sprung. Die Experten von RE-MAX haben die Entwicklung der Immobilienpreise im ersten Halbjahr analysiert. Und die Ergebnisse sind sehr interessant. Corona hin oder her. Die Verbücherungszahlen der Grundbuchgerichte von Jänner bis Juni 2021 zeigen einen großen Sprung vorwärts. Mehr dazu gibt es jetzt. Ein Plus von 9.287 Eigentumseintragungen stellen seit dem Start der RE-MAX Immospiegel Analysen 2009 das zweithöchste absolute Mengenwachstum nach 2014 bzw. 2015 dar. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 ist das ein Plus von 13,8 Prozent. In Euro schlägt sich das bei steigenden Preisen nach dem Durchhänger im ersten Halbjahr 2020 mit einem Plus von 3,2 Milliarden Euro nieder. Das ist ein Plus von 19,8 Prozent zu 2020 und 2019. Den RE-MAX Experten zufolge wurden somit in Summe 76.589 Immobilien für neue Eigentümer im Grundbuch registriert. Das sind um 28,8 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Der Gesamtwert der im ersten Halbjahr verbücherten Immobilienverkäufe kratzt mit 19,6 Milliarden Euro erstmals an die 20 Milliarden Euro Schwelle. Mehr über die verschiedenen Faktoren, die den Immobilienmarkt gehörig in Bewegung gebracht haben, erfahren Sie auch unter www.remax.at Sollten Sie also daran denken, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Auch der Umgang mit geerbten Immobilien kann die Erben beschäftigen und vor wichtige Entscheidungen stellen. RE-MAX bietet hierzu schon immer kostenlose Beratungsgespräche an, aber aktuell sogar noch mehr. Was ist meine Immobilie eigentlich wert? Welchen Preis könnte ich in meiner Region dafür bekommen? Der Wert einer Immobilie resultiert nicht daraus, was sie beim Bau oder Kauf einmal gekostet hat, sondern vor allem daraus, was potenzielle Käufer dafür bezahlen würden oder was zum Beispiel an Mieteinnahmen damit erzielbar wäre. Für Fragen rund um die Bewertung einer Immobilie und zur aktuell kostenlosen Marktwerteinschätzung stehen Ihnen in den RE-MAX-Büros österreichweit die Immobilien-Expertinnen und Experten zur Verfügung. Bedingungen und Infos dazu finden Sie auf www.remax.at. Lassen Sie sich beraten, analysieren Sie gemeinsam mit den Profis die Marktpreise und erfahren Sie mehr über die verschiedenen Methoden einer Immobilienbewertung und mögliche Verfahren einer sinnvollen Preisfindung zum Verkauf. Vielleicht haben Sie auch eine Luxusimmobilie im Familienbesitz oder sind auf der Suche nach einer. Auch in diesem Segment können die Expertinnen und Experten von RE-MAX eine maßgeschneiderte und professionelle Immobiliendienstleistung bieten. Wie der Luxusimmobilienmarkt in Österreich aussieht, das erfahren Sie jetzt. Die Marktforschung von RE-MAX besagt, dass das perfekte Ambiente, in dem Luxusimmobilien entstehen und auch vermögende Käufer finden, immer noch Schnee, Wasser und Kultur sind. Die Pandemie hat jedoch zu geringen Akzentverschiebungen geführt. Destinationen mit Outdoor-Freizeitvergnügungen für Einzelpersonen, Wassersportbiken, waren zuletzt im Vorteil gegenüber jenen, die in der Vergangenheit mit großen Menschenansammlungen, womöglich sogar noch indoor gepunktet haben. Der Preis für ein Einfamilienhaus der Luxusklasse lag 2020 bei exakt mindestens 800.000 Euro, für eine Luxuswohnung bei mindestens 510.000 Euro und für eine Luxusdachgeschosswohnung bei mindestens einer Million Euro. Der Luxusimmobilienmarkt in Österreich ist überschaubar und regional. Es gibt Hotspots mit Top-Wintersport wie die Gebiete um Kitzbühl, Lech-Zürs, St. Anton, Zell am See oder Gebiete mit malerischen Seen wie dem Wörthersee, dem Bodensee und im Salzkammergut. Ein paar großstädtische Highlights bzw. einzelne Bezirke in und um Wien und in den Städten Innsbruck, Salzburg und Bregenz. Dort sind Luxusobjekte sehr begehrt und teuer. Das waren sie, die neuesten Informationen über den heimischen Immobilienmarkt von Remax. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich sehr, Sie bei der nächsten Ausgabe im Dezember wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich alles Gute, schönen Herbst und auf Wiedersehen. Ausgabe im Dezember